Herzlich Willkommen, wir gehen jetzt mal, äh, ja, wir gehen jetzt mal hier rein, will uns den, herzlich willkommen bei Brawlhalla, alter, schließ die Scheiße doch mal da oben, es regt nur auf, danke, so, und wir starren, oh ne, der Paul, der juust noch, alter Schwede, eigentlich nicht, äut, ja, so, jetzt befinden wir uns wieder in Loading Screen, der ist so schön mit, äh, Kämpfen und so bestückt, und das Spiel spielen wir eigentlich nur, weil es so viel Energie und Lachflash gibt, wir haben gerade eben leider ein Spiel nicht aufgenommen, also ihr seht, ich bin der Pro in dem Spiel, äh, ja, ich hab's halt gerade geschafft, nochmal mich selber rauszuklicken in der Zeit, so, oh nein, wir spielen wieder gegen dieselben, glaub ich nicht, doch, guck dir an, die haben dieselben Charaktere, ja, dieselben Charaktere spielen wir, hä, warum läuft man doch nicht, alter, ey, das Spiel ist so sinnlos, ne, nein, ja, alles klar, war auch nicht gleich aufgeben, aber, gleich, warum kann man durch den Boden durchspringen, wenn man die Attacke macht, alter, ich rast aus, oh, ich, ich will die Mine doch nur werfen, ich glaube, ich, ich glaube, ich weiß, wie das Spiel schon ausgeht, der gute PS4-Controller, finde ich, ah, ne, oder? Nein, jetzt schmeißt du die scheiß Mieter aus, nein! Okay, gut. Weil wir haben dich noch nicht einmal berührt. Doch, ich denke schon, so leid. BOM, Junge! Alter, wenigstens, wenigstens noch ein Ehrenkill oder so, wirklich ohne Spaß. Ehrenkill! Oh, tschüss! Sinnlos! Ich will ein Ehrenkill! Oh, fuck. Ehrenkill, Ehrenkill. Ehrenkill, los, los! Ja, ja, Ehrenkill, danke. Ich würde sagen, die Runde wird gekonnt, rausgecuttet. Ach, Ivo. Ich glaube, wir laden immer jede Runde einzeln hoch, damit es mehr Klicks gibt. Ja! Also mache ich dann nach der Runde wieder einen Cut und sage, schön, dass ihr mit dabei wart beim Ranked. Und, äh, ja, machen wir das so. Das ist jetzt halt auch direkt in der Aufnahme drin, aber egal. Warte, ich würde dann aber auch noch sagen... Ja! Oh mein Gott! Ehrenkill! Dann müssen wir nochmal was anderes machen, was du aber als erstes dann hochlädst. Hochlädst. Und sagst dann einfach so, hallo und herzlich willkommen zu Brawlhalla. Und dann sagst du, das war es jetzt auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dann lest du das hoch. Hey, wieso? Verstehe ich denn? Okay, so, aber das war jetzt unsere heutige erste Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Runde, wenn es heißt Brawlhalla. Warte, halt, Z. Oh, da läuft.